hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft mit dem momo jetzt schon wieder hin ich hab's heute drauf mit dem jomo hier ja ich bin der jomo ja ich heiße jomo und du heißt hab ich vergessen ja vielleicht vielleicht johnny ja ich bin momo richtig ja und wir spielen minecraft hätte es gedacht wir spielen heute mal minecraft machen wir machen wir ja nicht so oft nee machen wir nicht so oft guck mal guck mal bei mir ist wieder ein pferd drin ich glaub's nicht in der höhle mich sticht das pferd ja die sind gemein gefährlich ja die sind richtig gefährlich also pferde also pferde muss man echt ne muss man nicht aufpassen ja unsinn 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 genau aber das können wir am besten mit dem unsinn ne ja also ich muss mal was ganz fieses checken du musst einfach schon wieder was bist du krank oder wasch gehst du weg gehst du weg will ich nicht weg gehen geh doch selber weg ich bin richtig begeistert du bist begeistert ja das hier das hier unter den feldern ja das sieht richtig geil aus ist ja er muss noch ein bisschen bearbeitet und verändert werden das muss ja wir müssen das bearbeiten das war ja bisher ja bitte sprechen sie herr momo das war immer so die area wo die fps am meisten runter gegangen ist weil ja hier habe ich ja ganz 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 viel verändert ich habe den see komplett auseinander genommen ja da kann ich mich noch daran erinnern hast ja immer ganz viel rumgefummelt und geguckt wie du was am besten machst das war mal so dass die fps dann immer unter 20 gegangen mittlerweile der geht das mittlerweile ist es ja von fraps auf 35 limitiert und genau da bleibt war das so super so muss das sein okay ist eine etwas krumme zahlen ja ich finde es aber über 30 also passt ich finde es recht angenehm so zu spielen weil ich habe eisen gefunden ja und ich gerade gerade über mir ich glaube das ist keine gute idee das zu machen was machst du eigentlich ich höre etwas blubbern aber passt bloß auf wenn das irgendwo in deiner nähe ist ich weiß gar nicht was ich machen soll ich weiß nicht was du machen sollst irgendwie das hatte ich auch noch nie dass ich nicht weiß was ich machen soll ja der macht doch irgendwas also ich habe hier schon mal beschriftet ach du es meinen ja das ist warte 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 du musst in unsere wohnhöhle gehen und zwar hier ist okay warte ich muss noch eine sache beschriften und danach wohnhöhle okay das klingt schon mal super er seid ihr bescheuert doch doch was ey was steht dir hier rum wir haben keinen bock warte warte ich mache einfach ja mach einfach mal ich habe blubbert die ganze zeit man kann das jetzt mal eigentlich ich will hier nicht rumgeblubber haben hier so was macht mir angst kann man kann man kann man kann man kann mal kann man was muss ich mal gucken ja machen das geht so nicht jung du kriegst das schon hin ja ich mache einfach ich mache einfach ich mache einfach noch mehr eisen ferien hütze ja ja ferien hütze ferien hütte wo es in dem tollen pfeil nach vorne der nicht so toll aussieht aber egal egal ach so da weiß was ich meine ferien hütte in die richtung jetzt zur ferien hütte dann weiß jedermann bescheid habe ich glaschen ich habe ich nicht er beruhigt hast du kein glas mehr ich hab was sieger also wenn du glas haben möchtest dann gucken vielleicht ist ja in der kiste noch was das könnte natürlich auch sein wir müssen dringend an unserem stadion weiter das ist doch auch das müssen wir jetzt echt mal machen ich habe mal hier ist ja noch klar das ist ganz viel pflasterstein ich brauche ja noch ein bisschen was ich brauche noch ein bisschen ab ich komme jetzt gleich rüber ja so gelassen zeit hat ja komm wir haben jetzt erst drei minuten fast vier ach wie cool du hast hier schon cool ja habe ich doch gesagt dass das glasein bau habe ich in der letzten folge gesagt ich weiß das ist lange her du bist alt dafür gehst du einigen also also man kann da wirklich richtig geil was draus machen aber jetzt kommt natürlich die frage der fragen oh nein ich äh nicht sehr gut dann wird aus welchem material gemacht ich fände so ein schönes eichenholz würde hier nicht mal gibt es nicht dieses granit oder so oder ist das erst für eine andere äh das haben ist in 1 7 2 noch gar nicht da noch mal nur ja dann müssen updaten ja müssen mal gucken weil die ganzen was wir haben deshalb sind halt hier ist es weil noch nicht schwierig dann ist das ja du ich glaube das gibt es mittlerweile sogar für die 1 7 10 schon soweit ich das richtig verstanden habe kann auch sein dass ich mich da vertutete habe ja das kann natürlich sein aber das wissen wir ja natürlich nicht also glauben wir das jetzt einfach mal so wir glauben das also ich glaube dass jetzt der zuschauer dass da draußen glaubt ob man dir glauben kann nehmen und was sagst du also ich bin ja soweit gefällt mir das alles sehr gut ich bin nur ein bisschen und ist nur noch Prozent ist noch eine Baustelle also das muss ich dazu sagen ja ich habe genügend Eichenholz da dann wäre ich bin da ich ein bisschen und man hat man bekommt man es gibt ja Prozent Prozent Euro wir können jetzt ja noch mal hier an der Prozent zu bauen in der Wohnhöhle in der Wohnhöhle wir wollten noch ein müssen das Stadion fertig die Stadion kann ich gar nicht mitnehmen muss ein bisschen warten ah wo ist das Kassel was hast du denn war ich ja ich habe ein Schädel reingemacht ja ich bin nämlich die ganze Zeit draußen älter ist dass sie auch vor da ist es der Version 3 ich glaube schon ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich habe keine Ahnung äh ich warte mal warte 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 mach du mach du ich ähm zu Glas weg auch ein Glas äh ne Wasserstein ich mache hier noch ein bisschen mit dem Kies fertig ok mach das mal ah komm mal hier ist er schon hab ich hab ich ne was hast du hast du hast du oh ich habe nicht mehr ganz viel Pans was machst du da weißt du selber nicht ok doch doch ich mache jetzt hier mit dem Kies weiter ja mach das mal und das mit den Ziegelsteinen weiß ich auch wie das geht also das brauche ich dir ja nicht erzählen Ziegelstein rote nein nicht äh Steinziegel so ja die haben ganz doofen Namen ganz doofen Namen Steinziegel schwer auszusprechen das kann man sich überhaupt nicht merken ich wundere mich wie Menschen das schaffen das auszusprechen Steinziegel was dein Wort ja mach dich ruhig und lustig über mich danke bitte weißt du doch ja ok bop 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 ok was war jetzt eigentlich mit dem Steinziegel was hast du vor ja gar nichts du hast sie schon gesetzt das war nur und deswegen hast du das gesagt genau deswegen das ist der Grund für alles das ist der Grund des Lebens das ist jetzt also das ist jetzt wenn dann ist die Zahl 42 der Grund für alles klar die Zahl 42 warte war das nicht in the Big Bang Theory dass da der Sheldon der hat doch da im Sheldon Sheldon Cooper der coolste Typ der hat doch im Keller ich weiß nicht ob das im Keller der Universität war oder sonst so ich meine das wäre die Universität gewesen da wollten doch die anderen beiden herausfinden was er da macht weil er da ja jeden Tag reingegangen ist und dann war nur da die Zahl die Zahl welche war das 42 er hat doch gesagt das ist der Grund für alles das ist die Zahl überhaupt der Grund des Lebens ja irgendwie sowas war das dann hat er das ganz toll gesagt und multipliziert weil diese Zahl oder warum das diese Zahl sein muss weißt du noch ja das war auf jeden Fall sehr witzig ich kann das nicht wiedergeben das waren zu viele Zahlen so ganz kann ich mich nicht mehr daran erinnern wie er das gesagt hat ich auch nicht aber ich weiß das mit der Zahl noch also die lebenswichtige Zahl die jeder wissen sollte ja natürlich jeder wissen sollte wenn du nichts weißt dann warte mal warte mal warte mal ja ich muss noch einen Raum machen ich muss noch einen Raum machen ich muss noch einen Raum machen sag mal hast du das auf der anderen Seite hier aufgemacht die Steinziegel oder hast du zugemacht? ja ich hab sie aufgemacht ok wundervoll ach ja das ist ja was anderes sorry falsche Verwirrung falsche Verwirrung ja es ging nicht jetzt hast du mich aber verwirrt verwirrt cool indem ich verwirrt war habe ich dich verwirrt das ist verwirrend das war zu viel zu viel der Verwirrung zu viel der Verwirrung ich wollte ein bisschen Verwirrung ich glaube ich komme mit den Pflastersteinen so hin das wäre nämlich schon mal super dann habe ich nämlich den Erdnachricht die ganzen Kackräume fertig Entschuldigung wenn ich das so ausgedruckt habe so vulgär also unglaublich ja tut mir leid ok ich werde mich zügeln wenn ich diesen ganzen das ist ein tolles Wort wirklich ein tolles Wort die ganzen super duper nicht schönen absolut nicht schönen Räume fällig wieso nicht schön also die Arbeit ist aber ich finde das Ergebnis was du da raus holst das ist wundervoll ja also ich bin stolz auf dich du bist doof warum du bist einfach nur doof es gefällt mir halt was du machst ich bin ich bin deswegen bin ich nicht doof weil ich dich dafür loge was du machst nein weil du dann werde ich das nicht mehr tun das ist alles kacke was du machst du kannst du halt doch die Klappe mann du hast kein Talent ich bin jetzt also wie soll ich das jetzt sagen wie rette ich mich jetzt also ok du kannst dich nicht mehr retten ist vorbei ja 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 komm ey so ich weiß nicht was ich sagen soll ich habe keinen Kies mehr haa selber schuld äh hast du noch Kies? ne ich hab gar nichts warte mal ich kann mal rutsch ne ich hab nichts ich hab eisen das könnte ich dir anbieten und das könntest du auch haben ja das ist toll das ist wundervoll ne kann ich rein gar nichts mit anfangen ok ich kann damit auch nichts anfangen isa wo isa wo isa wo isa wo isa isa wo isa isa kies baum baum soll ich dir was geniales sagen ich schaffe es in dieser Folge die Räume fertig zu stellen ok dann äh schaff das mal wenn der Pflasterstein äh ausreichen sollte ich glaub an dich ich klicke schön mit der Maus schon rum das ist immer es ist voll angenehm hier so gechillt durchzulaufen mit der Aufzugmusik gechillt durch oh du hast Aufzugmusik Aufzugmusik ist immer geil ich bin so doof hab ich doch schon gesagt brauchst du doch nicht wiederholen ja ok das war gemein tu mir leid ich ähm warum machst du das jetzt ach das ist echt schön hey äh ja genau hier hin will ich ja ich muss erstmal Fackeln holen ohne Fackeln macht das keinen Sinn was macht keinen Sinn was machst du denn achso du wolltest eine Höhlen-Tour nochmal machen ja nicht richtige Höhlen-Tour ich wollte Kies-Tour ja genau Kies-Tour ok klar die Kies-Tour kann man so sagen muss man nicht muss man nicht genau ok dann machen wir eine Kies-Tour hopp ich hab's geschafft ja Kies-Tour sollte ich vielleicht ein bisschen an Zeug loswerden ja so ein bisschen wär nicht schlecht boah scheiße habe ich viele Feiersteine bitte boah alter hab ich viele Feiersteine boah alter hab ich viele Feiersteine ja noch viel besser alter zu sagen ist noch viel besser also boah scheiße ey das gibt es auch mal voll kacke kacke verdammt ja okay man soll nicht nehmen zu wollen sie haben aber kommt e grillen grillen ist er lustig das ist einfach nur bescheuert ja also dem Witz wird online warte ok jetzt hab's geschafft Räume sind fertig dem Witz wirst du nicht los so fertig ich hab alle Räume fertig alle Räume fällig 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 die Räume fällig ich hab die Räume fällig ich hab die Räume fällig eh 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 hey wo bist du jetzt hin ich hab sie schon mal geblieben ich hab ich meine Kieshöhle teleportiert einfach so weggeblieben ach so hier ist das warte das markiert mal hier 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 ja super ich bin äh ich bin fertig ich weiß nicht mehr was ich machen soll echt nicht doch natürlich weiß ich das noch ach wie cool jetzt Wasser 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 ja Wasser ja ist ja gut ist ja gut beruhig dich warte 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 ja mir geht's wundervoll ok ach jetzt stopp ich das ich hab mir die ich werde die Höhle die direkt neben dem Stadion ist wo auch der Eingang sich befindet werde ich einfach mal prompt umbauen cool weil ich finde das äh also das stört mich oh ok ok so dann werden wir jetzt einfach mal hoffentlich kommt ja nicht gleich einfach so ein Pferd entlang ich glaube da würde ich mich tierisch erschrecken erschrecken wenn einfach so ein Pferd hier entlang kommt ja ja auf einmal läuft das so vor mir her das wäre ganz witzig bestimmt aber ja das wäre total witzig aber ich frage mich eigentlich was die Pferde alle da wollen keine Ahnung also so schön ist es da jetzt auch nicht ja hopp 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 ach nein ich hab mich da na tolle Wurst so ja ich baue das gerade um mach ich oh du hast Lava ich muss hier ein Momentchen warten bis die Lava weg ist das dauert aber ein bisschen ein Momentchen warten ein Momentchen ein Momentchen ein Momentchen ein Momentchen ja jetzt ist die Erde verbrannt nein ich brauch die Erde doch das ist warum hast du das gemacht Junge wir haben so viel Erde man kann Erde verbrennen bei Minecraft man kann alles verbrennen man kann alles verbrennen du musst das Item nur in Lava schmeißen schon verbrennt ist das ist doch richtig geil Feuer ok ganz ruhig ganz ganz ruhig brauner ich baue da noch ein bisschen Pflastersteine ab äh ne Steine ab ich muss kurz überlegen ja ok ich hab so das Gefühl dass die Spitzhacke nicht mehr lange hält so super duper immer noch Aufzugmusik komische Mist da in der Höhle ja ich finde ähm bei dem Spiel hier Dead Space da fährt man ja ganz viel Aufzug zumindest in dem dritten Teil ja das stimmt und ich finde da fehlt noch die Musik das ist korrekt also das wirklich das verdammt viel Aufzug fahren gut das ganze Spiel besteht nicht aus Aufzug fahren aber das halbe Spiel ja nur das ja genau nur das nur 3 Viertel hier war ich schon wie oft bin ich eigentlich schon hergelaufen ich hab keine Ahnung seit groß mehr weiß ich lauf hier schon was weiß ich wie lange her und ich hab Schienen gefunden wow bum 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 ich muss hier raus ich muss hier raus oh cool da gehts runter das ist super ich glaube das möchtest du nicht so ich brauche die Fackeln äh Kohle las ich mal hier oh Kies ich habe Kies gefunden ja wie geil mach die Erde weg ich habe gleich ich habe gleich umgebaut krass oder ich habe voll krass gleich umgebaut und so konkret tut mir leid ich muss das Schwert benutzen ich bin wieder draußen ja das sieht echt witzig aus ich glaube es ist dunkel oder ja es ist verdammt dunkel oh das ist ja geil ja das ist das Mondlicht also Mondlicht kommt bis in die Höhe durch die kleinsten Ritzen und Spalten kommt Mondlicht das Zeug ist echt krass ja das ist richtig krass also das ist voll heftig er sieht aber dafür ziemlich witzig aus wie das hier einfach so dumm scheint oh ich werde mal meinen Goldhelm aufsetzen leuchte 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 ne sag ich jetzt nicht ne was auch immer du sagen wolltest sag es jetzt nicht nein nein ist nichts böses ich wollte dich nur ganz krass beleidigen ja ich wollte gerade auch mehr also jetzt werden wir benehmen uns ich wollte gerade voll krass los hauen aber raushauen ja nein ich wollte jetzt los hauen oder ein raushauen wie auch immer wie viel Kiel habe ich sechs und vier boah das hat sich gelohnt ey gelohnt hat sich das ein kein bisschen dann muss ich noch ein bisschen mehr hallo ist hier jemand oh ich bin draußen warst du irgendwo drinne ja na dann du sollst draußen geil ne und ich hab ganz viel Pflasterstein ja das ist ganz praktisch ein toller Nebeneffekt daneben ist da die nächste Mine ich muss das mal eben umlegen das geht gar nicht das geht gar nicht ja weil du musst dich immer mit dem Mausrad scrollen und so drücke ich einfach eben C und dann hab ich das hö ja okay die Uhr sagt wir haben jetzt ungefähr 18 Minuten oh dann würde ich sagen machen wir genau jetzt an dieser Stelle eine Pause richtig und wir danken uns herzlich fürs Zuschauen und hoffen sehr dass euch diese Folge von Minecraft gefallen hat ja und dass wir natürlich dann uns in der nächsten Folge wiedersehen genau das wenn es heißt wir machen richtig viel scheiße scheiße nicht Unsinn Unsinn ja ich wollte aber scheiße jetzt haben meine Werkzeuge müssen repariert werden wir sehen uns in der nächsten Folge okay auf Wiedersehen meine müssen auch repariert werden so okay auf Wiedersehen